Musik Oh Leute Anton, du verklickst dich Merk dir das So, nach da Hier oben hätte ich noch gerne eins Dich Nach hier So Verteiler setzen Das erste ist zweimal noch da Ich brauche hier noch mehr Ich brauche hier noch mehr Drehleitern könnte ich eigentlich Auch einsetzen Hm, mal sehen Da kommt noch mehr Ach ja, das ist der Löschzug, der so lange braucht Scheiße, Dreck Leck mich doch Oh Gott, oh Gott So, bei Die beiden Drehleitern Nach hier So, du Nach hier Da bringst du mir relativ wenig Das ist ja geil Dich nach da Auf dem Weg 20, wird ausgeführt Höre Auf dem Weg 19, höre Bin unterwegs Gefahren Ja Schon unterwegs Okay Ich rede zwar gerade ein bisschen wenig Aber ich hoffe, dass hier ist trotzdem für euch interessant Dass ich hier so einen riesengroßen Waldbrand ausgelöst habe Ähm So Ihr drei Nein, da ist der Maschinist dazwischen Da Und ihr beide PA Du einfach stimmend mal schlau Gut Zum Glück braucht man hier keine Wasserversorgung Und gleich kommt hier die Meldung Danke, alle Danke, alle Das wär's noch Ich hoffe nicht So, ihr drei Oh, ich hab wieder den Maschinisten erwischt Wo ist er denn? Da, 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 da Höre Ist das eigentlich verboten? Der hat hier ja jetzt die, äh, Backdraft Melodie geklaut, ne? Theoretisch Naja, denkt man mal Denkt mal nicht drüber nach Ich hoffe nur so sehr, dass da keine Auf dem Weg Kein Prozenzen drauf sind Weil ansonsten wird dieses Video mir nichts bringen Pfft Aber irgendwie hab ich auch das Gefühl, das läuft jetzt schon Nein, gehst du jetzt mal nach da Verteiler setzen Man hätte auch eine Brandschneise legen können, aber Zu spät Gut Ihr nach da Und du nach da Du, soweit es geht, nach da Ich seh nichts Du nach dort Ich brauch hier noch ein Fahrzeug Hab ich noch? Ja, guck mal hier Nach da Dann kannst du nochmal hier in Bereitstellung gehen Hm, guti Das, die Seite ist abgelöscht Jetzt ist nur, brennt nur noch der innere Ring, quasi Kannst schon mal dichter rücken Hab ich noch ein TLF? Mit Wenderohr oben drauf? Ne? Schade Zu schön, du Fahrzeuger So Absitzen Eins, zwei, drei PA-Menschen Ein Mensch mit Schlauch Der Mensch kuppelt da an Und geht nach dort Ich hab keine Lust, dass sich das hier Nachher wieder hier rüber ausbreitet So Verteiler setzen PA-Menschen Ich bin auch ein PA-Mensch Ich darf jetzt auch PA tragen So als modisches Accessoire Ich trage PA und du? Ich trage Präder Das doof ist natürlich Nur, dass jetzt da Dass da einer steht Keiner mehr durchkommt Ne? Wir müssen das Gebäude da schützen Lösch Ihr drei Könnt mal so weit wie es geht Nach da gehen Ja Vielleicht runterkühlen? Alles klar Höre Geh mal weg, Babi Einmal einen groben Überblick verschaffen Alter, ernsthaft? Ist das Achso, dass die BMA von hier ist Kein Wunder Hallo, du sollst nach da gehen So klappt das nicht Verarsch mich doch nicht Lösch mal bitte genau den als erstes Ja, wir können ihn jetzt zurück drängen Absetzen Ihr drei Achso, ich sollte meine Tafeln auch wieder ausklappen Ihr drei PA Du Einschlauch Sehr schön Ankoppeln Sie denkt sich hier doch bestimmt alle Was macht denn die Feuerwehr da? Ich sehe hier doch gar nichts Wie ist das? Man sieht hier bloß eine riesengroße Rauchwolke Achso, die sollten sich auch Schläuche holen, ne? Ja, könnte man mal machen. So. Randa. Goodie. Alter, wie das hier vor ein Feuerwehr wimmelt. Goodie, den könnten eigentlich die... Sehr schön. Schöne Drehleiter. Doch, doch. Gefällt mir. So. Das doof ist natürlich, dass ich den hier nicht aufsetzen befählen kann. Das ist nachher bei den neu dazu angerückten. Was gibt's? Schon unterwegs. Nach da. Nach da, nach da. Ihr drei sitzen nicht nach da. Gut, dann kann der Rest theoretisch schon abrücken. So, du kannst schon mal wieder runterkommen. Ey, komm mal runter. Gut. Weißt du, die hier hinten denken sich so... Was ist da los? Was ist da los? Und dann sagt man bloß so... Ja, der Wald brennt. Ja, der Wald brennt. Sehr schön. Gut, wo ist denn euer Gruppenführer? Medizinischer Notfall. Eine Person ist gestürzt und hat sich leicht verletzt. Versorgen und abtransportieren. Euer Gruppenführer könnte theoretisch mal ganz schnell... Der hat wahrscheinlich die Gasexplosion vorher schon gerochen. Oder so ähnlich. Höre. Fahrzeug. Kürzeln. Höre. Auf dem Weg. Sehr schön. Hier ist so eine natürliche Brandschneise. Oder so ein Angriffsweg für die Feuerwehr. Das kann natürlich auch sein. Aber an sich ist das eine natürliche Brandschneise. Gut. Ihr einfach mal aufsetzen. 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 Bauen die auch das ab? Oder... 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 Oder, oder. Oder, 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 oder. Schau mal nicht. Das wäre doof. Egal. Dann mache ich das halt extra. Alter, welche... Waschen hier los? Los, waschen hier los? Fahr mal da hin, das ist nix. Ich tue mal trotzdem so, als wenn was ist. So. Fahrzeug 43 hört. Auf dem Weg hört. Ja. Wird umgehen durch. Fahrzeug 48 hört. Fahrzeug 43 hört. Wird umgehen durch. Fahrzeug 45 hört. Fahrzeug 44 hört. So. Aufsetzen. Ihr drei könnt schon mal parken. Parken. Fahrzeug 43 hört. Fahrzeug 43 hört. Fahrzeug 43 hört. Fahrzeug 41 hört. Fahrzeug 41 hört. Ja, das ist ja doof, dass sie immer den Einschlauch hier liegen lassen. Dann lassen wir einen aussteigen. Ja. Du auch einen aussteigen lassen. Ja, kann der das? Nee. Kurz sagen. Fahrzeug 13 hört. Alles klar. Mann, ich brauche einen stinknormalen Einsatzkraft hier. Da. Stinknormalen Einsatzkraft. Äh, ich brauche einen stinknormalen Einsatzkraft. Und du? Fahrzeug 12 hört. Ja. Fahrzeug 12 hört. Ja. So, ne? Ja. VizCON работает. Du-du-du-du-du-du-du-d Flashdegintendant. Fahrzeug 13 hört. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Fahrzeug32 hört. Ja? VizCON arbeitet. Vizgili attacks. Das aren't versitosbleases. sein, das ist leider nö, ne? Der ist einfach bloß da. Status 1. So. So, so, so. Jetzt dürfte ich eigentlich auch langsam wieder anfangen zu reden, oder? Darf ich das mittlerweile schon? Ach, das ist der scheiß Maschinist. Sorry, der Maschinist ist natürlich nicht scheiß, aber der bringt mir hier ja nix. Feuerwehrle. Aufsitting. Deinstallieren, deinstallieren. Du aufsitting. Du bist aufgesetzt. Dein Lächeln ist doch aufgesetzt. So, da noch. Oh, dann steigt doch einmal kurz ein. Leute, Leute, Leute. Ne, weil der Befehl scheinbar noch aktiv ist. Oh, Entschuldigung. Ich vergesse immer, dass die Facecam anders... Da sollte man nicht popeln. Das sollte man dann definitiv nicht tun. Status 1. Da braucht man Feuerwehr leer. Feuerwehrmensch. Aufsitzen. Aufsitzen. Hör. Hä, wie süß ist das schon ins Fuhl? Alter, der leckt mich doch. Ist da irgendwas? Nö. Gut. Und aufsetzen. Wie kommt der denn her? Hey, wo kommt der denn her? Das ist jetzt die Frage, Dude. Ansonsten nimmt der hier ihn mit. Habt ihr den Verteiler schon ausgeladen? Ja. Oh, Maschinist. Ich liebe Figuren, die nichts bringen. Der Maschinist bringt mir an sich ja nichts. Aufsitzen. Der Feuerwehrmensch ist voll verschwunden. So, aufsitzen. Parken. Fahrzeug 49 hört. Wieso lösen hier denn so viele Brandmeldeanlagen aus? Das kann doch nicht sein. Fahrzeug 49 hört. Fahrzeug 47 hört. Pam. Alter, da war einer wütend. Übel wütend. Ja. Pam, Alter. Hat er sich so gedacht? Ne. Das lass ich nicht mit mir machen. Ahem. Zugführer. Tschut, Tschut. Da kommt der Zugführer. So. Na los, park ein. Was gibt's? Bin unterwegs. Nee, du, das machst du aber nochmal, ne? Der kannst du aber nicht einpacken. Gut. So. Aufsitzen. Ich hätte hier auch gern so einen Button. Mit aufsitzen. Ah, Leute, 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 Leute. Mach mir ne Kirre hier. So. Ihr vier. Achso, kann ich noch gar nicht sagen. Absitten. Tor zu und ab dafür. Aufnehmen. Und dann geht's hier drauf und das. Ui. Ja? Gut. Das war's. Denn jetzt ihr beide da rein und schick. Au, ich hab nur WhatsApp-Nachricht. Eine Sprachnachricht. Kann ich mir leider gerade nicht da unhören. Es tut mir leid. Falls du's siehst. Es tut mir leid, wer auch mal mit mir da geschrieben hat. Man weiß es nicht. Gut. Wir sind jetzt schon bei einer halben Stunde Aufnahme. Das ist schon theoretisch. Ich lasse mich rechnen. Zwei Folgen. Das müsste für Woche reichen. Also müsste ich sagen, ja. Tschüssikowski, meine lieben Freunde. Es war mir wieder ein sehr geehrtes Vergnügen. Und hier ist irgendwas drunter gefallen. Ähm. Es war mir wieder ein... Es war mir wie immer ein Vergnügen für sie ein Video gemacht zu haben. Das hört sich irgendwie kopiert an, aber ist es nicht. Hab ich mir selbst ausgedacht. Und ja. Ich freu mich aufs nächste Mal. Bis dahin und tschau tschau. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.